Leute, welchen Champion soll ich spielen? Wenn wir Diana... Also Diana ist offen, aber wir haben zu viel AP. Einfach ein bisschen sad. Einfach Jarvan? Jarvan ist halt... Okay, hier, I guess Jarvan ist fine. Jarvan duty. I hate it. Ich glaub Nocturne wär nicht schlecht, oder? Ich meine, wenn ich nicht confident auf Vigo wäre, würde ich Vigo hier sehr gut fühlen. Ja, Vigo wäre schon insane, aber ich bin leider nicht confident mehr auf dem. Wir bleiben bei Shyvana, Diana, Jarvan. Kasi, kasi das Garbage. Mal nach vorne? Boah. Was ist ja wirklich drin? Boah, schlechtes Movement von ihm. Er würde mich solo lassen? Auch. Okay. Geht unten anfangen können. Ich glaub, also wenn ich den noch spielen würde, wär Redken insane hier, ne? Also Redken wär ins fucking insane. Und wir passen in die Losing Lane rein. Wir sind... Also zeitlich sind wir nicht so gut dabei, ne? Komm mit! Hallo! Hallo! Hm, ich will eigentlich nicht tanken. Aber der Jhin hat einen Shutdown. Na gut. Er hat ja noch Cleanse. Deswegen muss ich nochmal flashen. Wie gesagt, wir sind für die falsche Lenkgefahr, glaube ich. Wir hätten aber unten anfangen sollen. Das war jetzt okay. Wir machen das jetzt weiterhin. Diesmal hat er zumindest keinen Cleanse. Die Akali ist super scary, ne? Mit Level 6 jetzt. Das sollte nicht jetzt sein. Okay. Nice, Level Up. Oh mein Gott, wie geil. Die Una. Kannst nicht base. Okay. Das heißt, der Dragon ist einfach im Flip. Alter. Junge, warum base du denn? Ich bin so tilted, Alter. Wie kann man denn bitte so disgusting sein? Why are you base? Wie ist das? Der Ghosted. Auch. Wir erinnern unseren Plan. Wir können nicht für Bosszeit spielen. Das macht keinen Sinn. Was habe ich für Clowns in den letzten Tagen? Weil das ist halt, weil wir so hoch sind. Das System muss uns irgendwie ausgleichen. Das ist halt ein bisschen verloren auf dem Map, ne? Das ist halt ein bisschen verloren auf dem Map, ne? Ich bin so hoch. You guys. Alter. Ey, aber sorry. Waaat? Wie kann man denn bitte so delusional sein? Rollen wir jetzt Floatout 2000 mit dem Infall oder nicht? Jetzt wird's styled um. Jetzt wird's fucking styled um. Können wir jetzt rauspushen und einen Dragon nehmen? Oh. Jetzt kann ich keinen Dragon nehmen, oder? Fuck. Wir hätten jetzt nicht rauspushen gehen sollen. Dagegen hab ich keinen Counterplay. Alter. Ich lege Scheiße. Oh my lord. Wir müssen raus. Ja, wir spielen Leona. That's okay. Block die Queue, block die Queue. Nice. Good job. What? Er ist in die Veränderung hergegangen. Hahahaha. Oh, er lohnt es sich den zu ulten? Nee, ne? Alter, wie witzig. Hey, da bist du, mein Sir. Hey, I got you! Bricht Damage nicht ab? Äh, ich hab halt leider nicht Damage gemacht, ne? W, W halt, äh, W zählt nicht als Damage. Oh my lord. Oh my lord. Oh my lord. Oh my lord. I mean, ich muss einfach Captain actually. Ne, Leute, ist es, ist es okay? Ich hätte diesen Feind nicht genommen, wenn die Kaiser nicht engaged wirst. Die hätte einfach mit mir rausgehen müssen. Das ist, that's it. Kaiser? Was? Was? Okay, whatever. Kai ist schon wieder mal. Geht nicht ab. Der hat den Flash halt schon vor. Nicht nach ulten. Der spielt nicht Tank Akadi. Das heißt, er ist relativ einfach zu killen, wenn der missplayt. Deswegen ist unser Kaiser rotiert nicht. Also wir sollten nicht falten. Vielleicht, wir sehen sie auf der Map kommen, ne? Die sollten auch kommen? Okay. Komm nicht. Holy shit. Ich mag das halt alleine. Wenn er irgendwie free ist. Oh, gewinnt der fast, Alter. Ich hatte alle seine Bellystorms. Ja, Leute, ich habe alle meine IQs getroffen. Und ich meine, ich bin einfach wunderbar. Ich danke jetzt, ja. Ich brauche Magic Resist. Ich hätte wahrscheinlich über das Portal gehen dürfen. Der einzige Weg, wie die da gewinnen, ist, wenn die Akali nicht voll komponen kann, ne? Das ist sehr viel besser. Nächste IQ kann ich ihn killen, Akali ist aber da. Das ist gut. Achtung. Was ich ist da? Ich kann ihn nicht erst rum. Ich weiß nicht ob die uns sowieso nicht tot chasen kann, also insgesamt war es okay. Wir hätten wahrscheinlich die zwei hier nicht mehr kämpfen sollen, weil wir sollten einfach Ich weiß nicht, ob ich ein E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Was jetzt schon? Ich halte aber Null, ich weiß nicht ob er flash hat. Es ist ja komplett insane. Ich will einmal ganz kurz nochmal schauen, ob die Leona wirklich Botlane sein musste. Ich stimme zu, man sollte diese Wave hier rauspushen. Aber wer soll denn Kaiser davon abhalten, das alleine zu pushen? Ich meine, das mit dem Lee ghosten war in dem Moment. Ich weiß nicht, wer geghostet hat. Wir können von mir aus das auch nochmal nachschauen. Du musst hier nicht basen, du kannst einmal kurz hier hin. What? Und dann bist du halt fünf Sekunden später auf der Welt. Aber wir haben einen Dragon. Das ist natürlich nicht geghostet. Der hat einfach Vision. Wegen seiner E.